ja und nicht stets heißt letzter Dings ist äh Kirche gewesen neulett war aber die Kirche Prozent wenn sie immer so weit nach unten geben würde wie da kommen da komme ich nicht weg der Werken so um die jetzt lang keine Ahnung da ist die Kirche warte mal da muss ich glaube ich hier in die Richtung ab durch den Wald der Sonne hinterher was geht habe ich hier wo ich hin wollte sollte oder nicht da lang oder was zu bringen ach genau da kam ich nicht da genau da kam ich nicht weiter wenn wir da müssen darum kam ich auch nicht weiter jetzt gerade ratlos ich bin gerade ratlos gleich muss ich ganz nach unten kommt was ja du sagst darüber aber wie wie dann hier runter da nicht doch statt dass er stehen bleibt neuner fällt er weiter er fällt er fällt er fällt ne 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 achten die hier hier unter Kirche was als Einschützer kommen nicht weiter der sein können dass ich hier 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 und vielleicht komme ich hinten irgendwo rüber ja ne da war ja da kam ich da da war ja schon gewesen da kam ich nicht weiter da bin ich ja schon gewesen ja da laufen so lang das ist da wir müssen sich als nächstes sind aber ich schaffe es nicht wenn er springt dann schmier ich wieder ab vielleicht muss ich ja noch gar nicht hin vielleicht muss ich da ja noch gar nicht hin nein ja wir waren auf jeden Fall bei der Kirche gewesen wir haben jetzt alle Punkte eingesammelt irgendwas übersehen ja da lang aber ich lasse ihn mal offen erstmal den Weg wieder rausfinden aus dem blöden Tal hier vielleicht da kam ich nicht lang das heißt ich versuch mal hier hoch ich werde den Überblick zu behalten hier wurde lang muss da guck mal da ist noch ein Zettel johmei cool als Silvia werden wir äh Silvia ist wie werden wir hier rausfinden was wirklich geschah ein weiteres mal jährt sich der mysteriöse Vorfall an der Oberostflanke des Kulat Sühal im nördlichen Ural und wir sind der Wahrheit über die Tragödie um keinen Millimeter näher gekommen über die Jahre wurden viele verschiedene Hypnosen aufgestellt die die Wahrheit mehr und mehr unter sich begraben ein plötzlicher Lawinenabgang ein Angriff von Einheimischen militärische Tests oder sogar wie manche meinen eine Begegnung mit außerirdischen Lebewesen was genau passiert passierte ist in der Nacht vom 1. auf 2. Februar 1959 egal was es war wir müssen die Erinnerung an die neun jungen Menschen die ihr Leben so früh verloren wach halten ja in Gedenken würde ich sagen so wir haben jetzt einen Zettel gefunden wo war das jetzt wir sind jetzt hier anscheinend sind wir jetzt da ich weiß nicht mehr wo ich lang laufen soll mal ganz ehrlich äh ich bin jetzt von da genau da ähm ich geh jetzt einfach mal hier lang wir gehen weiter hier wo bin ich denn hier jetzt keine Ahnung keine Ahnung ich hab mich verlaufen ich blick hier auch nicht mehr durch ne ich geh jetzt bei nicht hier lang ich geh wieder zurück kann ich ja auch kann ich ja auch okay gut äh ich will ja nicht im Kreis laufen jetzt nur irgendwie warte mal da war doch was im Kreis laufen das heißt wieder zurück hier habe ich den Zettel gefunden das heißt ich glaube jetzt wieder zurück und dann hinten links also links wo ich mal aufschauen ob hinten links wegkomme okay alles klar machen wir das hinten links wo es 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 links gibt dass in 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 im in ich weiß noch nicht wo ich mich gerade befinde ich will ja hier irgendwo aber wo war das kann ich muss ich gar nicht wenigstens hier außen rumlaufen ich denke mal durch wo ich hier hingekommen bin ganz ehrlich ich bin gerade ich verzweifel kacke ja irgendwie hochgekommen ich hab kein bock mich jetzt wieder hier ja genau da komme ich jetzt nicht weg ich spiel auch mit die letzten mehr alles ganz ach da ist ein brückchen na supi wie komme ich da jetzt hin mausezahn da schmier ich ab das sollte ich nicht machen da war die brücke da bin ich irgendwo im moment jetzt geh doch mal hoch hier was hast du denn du bist doch ein bähmatter vogel dann geht mir das spiel auf den das egal das ist ja so nervig da da geht es darunter und dann kommt er nicht wieder hoch und dann geht dann abschmieren wichtel meyer hier hier sind da koordinieren war das das ich darf voll rein oder was hier in der zettel waren genau da sind wir hier durchgelaufen glaube ich hier sind da sind wir durchgelaufen die typ der keine ausdauer besitzt wo lang wo lang wo lang hier hier Ok okay auch baum geht auch weg vielleicht bin ich hier richtig weiß es nicht so eine Ausdauer lässt echt zu wünschen übrig da ist die Brücke finde den Weg finde mich oder du wirst die Hölle erleben also jetzt habe ich den Weg endlich gefunden jetzt kommt überall der Rauch weg um wo soll ich lang soll ich mich selbst umbringen oder war das ist ja so ein stumpf da war das heißt hier lang hier lang einfach links halten dann glaube ich hier runter da holst du dich mal so das ist jetzt so das heißt Brücke das ist hier da ist die Brücke das heißt wir wären dann da so gerade aber ja mit dem Rauch ich weiß nicht wo ich da hin soll das ist eine andere Brücke da ist noch eine andere Brücke das heißt es gäbe zwei Brücken zwei Brücken müssen eingezeichnet werden aber dann die kaputt ist weiß ich nicht ob die dazu zählen also jetzt aber das ist nur in die richtung aber ich habe wieder langlaufen bin ich wieder tot wo soll ich da bitte schon lang ja kommt aber kann ich so noch versuchen wenn ich da wieder abkratzen habe ich auch keinen plan mehr vielleicht muss ich irgendwo runterspringen oder was hat für mich überhaupt keinen sinn mehr das spiel gerade das ist wie die eine stelle da wo ich von diesem toten schädel weggelaufen bin er hat diesem holz war der runtergefallen ist und oben ist dann der weg zusammengestürzt und dann erst mal in der höhle den ein weg da zu finden dass du da lang kannst das heißt muss mich gerade mal genau umgucken aber viel zeit habe ich nicht weil der nebel kommt ja so schnell wird sowieso wieder drauf gehen damit dass ich mal wieder ein krieg hier da war jetzt diese dumme brücke nah holi das sieht sehr nach deinen schuhen aus bis zum Beispiel die so schon ziemlich lange da wird sich als Brücke wo sich hinterher wieder zurück oder was die so schnell Okay, find me, or I'll unleash help. Okay. Nee, will ich nicht. Das ist lustig. Das ist echt lustig, Alter. Machst du mich? Oh Mann, ey. Wo drängst du mich hin? Ja, jetzt kommen wir hier nicht weg. Jetzt bin ich gleich sowieso tot. Kann ich auch gleich da runterspringen. Ja, jetzt hänge ich wahrscheinlich hier in so einem... Ja, das war's. Hier komme ich auch, glaube ich, nicht mehr raus jetzt. Menschenskinder, ey, diese Spiele und ihre Bugs. Das hänge ich hier fest und da geht nix mehr. Oh, wie geil. Wie da mal Backenddeck, also das Spiel ist noch nicht definitiv. Ja, Hauptmenü, äh... Ja, jup. Hm, okay. Ja, fortfahren. Ja, shipw непrotником. Ja, guten Tag. Ja, bitte. Ja, geeệng. Ja, sequels. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ni, danke. Ja, danke. Na, danke.